Wow, das macht Spaß! Und man trifft eine Menge interessanter Leute. Guten Tag, tugendhafte Lehrerin und ihre gelehrsamen Jünger. Aber das ist nur... Hallöchen, seltsam gekleideter Zirkusbär. Hey! Das ist kein Bär. Wie lange lebst du schon hier unten? Doch, es ist ein Bärsehen. Hm, hab ich einen Knick in der Optik? Oh, ja, wenn ich die Augen zusammenkneife, sieht alles genauso aus wie früher. Wenn ich nur die Augen zusammenkneife, zusammenkneife, zusammenkneife. Wenn ich nur die Augen zusammenkneife, sieht alles so aus wie früher. Fühl ich mich nostalgisch und wünsch mir vergangene Zeiten her. Schreck ich das Licht und schon sieht es aus, als wenn's 1840 wär. Ganz gemütlich treiben wir die Strömung hinab. Wo wir sind, da sind wir zu Haus. Wie Hackfinn und Tom Dings, da zieht's uns in die Welt hinaus. Wenn ich nur die Augen zusammenkneife, zusammenkneife, zusammenkneife. Wenn ich nur die Augen zusammenkneife, sieht alles so aus wie früher. Ja, wenn ich nur die Augen zusammenkneife, zusammenkneife, zusammenkneife. Wenn ich nur die Augen zusammenkneife, sieht alles so aus wie früher.